Oh, I'm leaving behind all my pain and my sorrows, most grateful that true love's that last year to stay. I've been longing and looking for a bright tomorrow, and now you're coming, now you're here, you are my dawn, my day. Hey! Ein herzliches Grüß Gott euch allen zu diesem vierten Fastensonntag mit dem Thema Freude Jerusalem. Also Gott hat Pläne, wie er uns Freude bringen kann. Und zwar auf so eine Weise, das verstehen wir zuerst gar nicht. Das ist so geheimnisvoll. Ich meine, denken wir doch mal, wie es mit den Söhnen Isais war. Sieben Söhne, sie sehen alle gut aus. Isai freut sich schon, einer von ihnen wird König. Und dann sucht Gott David aus. Der Hirtenjunge, der die Schafe hütet, der wird zum König. Nicht einer der sieben gut aussehenden Söhne. Und David später schreibt die Psalmen und darunter auch den 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und wenn ich doch wandeln muss durch Täler von Schatten und Tod und Dunkelheit. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, Herr. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude, denn der Herr beschützt uns. Er ist immer bei uns. Der heilige Apostel Paulus ruft uns auf, wie das Licht in der Welt zu wirken. Und uns nicht von den unfruchtbaren Werken der Dunkelheit beeinflussen zu lassen. Nicht einmal von Trauer bedrückter Stimmung. Vielleicht gibt es Tage, Wochen, Jahre, irgendwelche Momente im Leben, da sind wir einfach nur von der Unfreude bedrückt. Aber der Herr kommt und er kann unser Leben ändern. Total transformieren, wie er es mit dem Blindgeborenen gemacht hat. Und der Blindgeborene, der war so total erfreut, dass er sehen konnte. Und es war ihm sogar egal, dass die Pharisäer nichts davon wissen wollen. Die warfen ihn aus der Synagoge raus. Also wenn wir Christi Licht in die Welt hinausbringen wollen und die Freude Christi hinaustragen wollen, da wird es Leute geben, die haben echt ein Problem damit. Aber das sollte uns eigentlich egal sein. Haben wir Mut zur Freude, freuen wir uns dem Wesen Gottes Volk. Und die Fastenzeit, eine Zeit der Buße und Umkehr, ist auch eine Gnadenzeit, eine Zeit der Freude. Die Rückkehr zur Quelle der wahren Freude. Eine gesegnete Fortsetzung der Fastenzeit euch allen.